Hallo Leute und weiter geht's mit Prince of Persia. Ich hoffe es laggt nicht so wie letztes Mal am Anfang. Und es wird so laggen, oder? Wir werden sehen. Ja genau, letztes Mal sind wir auch exakt dort stehen geblieben. Und ich hoffe, das wird jetzt anders. Ich will hoffen, dass wir heute was schaffen. Aua, ich will... Ich will es schaffen. Ah, na endlich. Ja. Und es lag doch. Was? Scheiße, man gibt die Waffe hier. So, weiter geht's. Ach ja. Das war ja das. Hör auf zu laggen, hör auf zu laggen. Ja natürlich, in Slow Motion geht das alles, oder was? Achso, ich hab die Taste weiterhin gedrückt halten müssen. Führt eure Befehle aus und tötet ihn! Oh, das war falsche Tasse. Somit spaltet man ihn. Wie konnte das geschehen? Wie konnte das geschehen? Na endlich. So. Na, brauch ich's nicht. Egal. Ich glaube... Stimmt, jetzt kann mir das mitgehen. Und das fand ich eigentlich gar nicht so toll, dass es die hier gab. Oh, warum musste der auch zu mir rennen? Hör auf zu laggen. Ich kann das grad nicht gebrauchen, wenn du lagst. Ich will die verdammten Artworks haben. Don't lag. Das war relativ unfein. Naja, wenigstens kein Instant Death. Zack. Und runter. So. Muss ich jetzt hin? Das ist die Sprungtaste. Okay. Es leckt im Springen. Klasse. Ah, geschafft. So. Steht mir bei! Durch. Bin ich diesmal wenigstens besser durchgekommen. Warte mal, hier war doch einer, oder? Da ist er. Da ist er. Stimmt doch! Was war denn das für eine Technik? Was willst du von mir? Was willst du von mir? Jetzt kommt wieder die dunkle Kreatur mit den türkisen Augen. Egal. Das sollte jetzt kein Problem sein. Und rennen rüber. Danke, Prinz. Einfach da raufschmeißen. Und zustechen. Einfach da raufschmeißen. Und dem jetzt... Warum die jeden zweiten, äh, dritten und vierten Schlag einfach kontern. Das verstehe ich irgendwie gar nicht. So. Und wie war es jetzt? Jetzt rüber, wa? Oh Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's tatsächlich mal geschafft. Rutschst du rüber? Danke. Und durch. Jetzt kommen wieder die drei Fässer ohne Sandenergie. Oh Gott. Es geht nur in die eine Richtung. Na. Schiebst du weiter? Oh Gott. Neun Bilder die Sekunde for the win. Ah. Ja. Okay. Diesmal schau... Nein, er setzt eigentlich rüber. Diesmal schau ich auch zuerst andere Seite. Was hier so ist. Oh. Hier sind die wieder. Und... Hier sind schon mal Artworks. Anscheinend... ...macht das aber sonst nichts weiter. Also können wir hier wieder raus. So. Da der Dunkle Prinz eh hier lang gerannt ist. Ich mag ihn nicht besonders. Oh, was machst du? Den Kruf kannte ich ja noch gar nicht. Na, sprungst du rauf? Button Smashing for the win. Oh, ich bin so ein bisschen geändert. Oh. Oh. Zack, besiegt. Immer her damit Also hier war ja ein ganzer Raum voll Nichts Nichts als Nothingness Was soll ich denn jetzt gerade zerstören? Egal Waren noch weitere Artworks Und ein Weg wo wir Wahrscheinlich nur zurückkommen Dass du ihn nicht triffst Das verstehe ich überhaupt nicht Das verstehe ich nicht Das verstehe ich nicht Wann muss man ihn denn treffen bitte? Wann muss man die Taste drücken? Ich verstehe das nicht Kann er nicht hier einfach Äh Okay da komme ich irgendwie nicht ran Aber schön was gelesen Trifft ihn so nicht Was ist das? Holt der aus oder was ist das? Braucht er Braucht er länger zum zuschlagen oder was? Ich verstehe das nicht Ich verstehe das nicht Ich verstehe das nicht Wie zur Hölle muss ich ihn treffen? Jetzt? Nein Hä? Ganz ehrlich Das ist für mich ein Rätsel Ich weiß echt nicht Was man da zuschlagen muss Wir holen bitte All over again Ah hier Von hier aus zum Glück Mit einer Sandenergie weniger als vorher Okay das ist Das nenne ich frech Ich wollte gerade sagen Wenigstens das letzte nicht mehr Dann sowas wieder Oh Ich hatte doch noch was Ist hier noch ne Sandenergie drinnen? Just nothing Gott Ich hatte you Ich hatte you Ja natürlich treffe ich ihn jetzt Naja dann kann ich mich hier erstmal wenigstens heilen Das war äußerst dämlich Genau hier war immer abwechselnd Da musste ich lang Lange ist nicht nur hier lang I don't know I don't knuff Äh Da lang scheint es aber dass ich zurückkomme Zumindest hier in der Etage D war Aber da dort ja alles weiter zu ist Gehe ich erstmal da lang So Komme ich so ran? Jo Ha Das macht natürlich die ganzen Sachen auf Und Rollen Rollen Do the barrel roll Okay das ist ja nicht wirklich Und Kopf ab Naja egal Und Durchschneiden